Jey on the track Ja, und dann im Anschluss ist einfach eine der klassesten Runden ever entstanden, Leute Vom Spannungsfaktor, 10 von 10 wirklich Genießt das Video mit Stil als Kombi, zu lustig, also let's go Komm, wir lassen das hier unten rein Da geht's aber jetzt richtig ab, Stil, aber dann hast du mal ein bisschen Action Ja, ich hab nur 17 Muni, das ist das Problem Achso, was brauchst du, Eier? Hier, gejopt, gejopt Ja, jetzt aufgucken, ja, moin, das war's noch nicht Das war's, ja, das war's Okay, so, anders vor mir Bist du tot? Ja, ist die, der ist, glaub ich, hier drin Oh fuck, wer schießt mich da an, Digga, man Hab den einen Hilfe gegeben Okay, tot Da sind wir noch mehr, Timo war das aber Ich hab, glaub ich, gefunden, Stil, komm her, komm her Ich hab alles, ich hab alles, sehr gut Hier nochmal zwei gedruckt Ehre, 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 groß Was hast du denn für Lowdown-Klassen? Eine M4, glaub ich, glaub, und halt diese, wie heißt das, die M4 Dann nimm M4, Bro Ohne Schilddämpfer Warte, das war ne Kilo, Digga, das war's, der kommt jetzt Ne Kilo? Oh Gott Ja, ich nehm einfach die M4 wieder Was hast du für Lowdown-Klassen, Digga 2,60 Meter, damals Kilo Nee Bro, wenn du willst, geb ich dir mal eine M4, ich schwör Nimm die, das ist die beste Waffe Nimm die, nimm die, nimm die Stil Ich hab auch eine Damit du eine geile mal hast, nimm die, Digga Hast du Airmonie? Die ist Gold Und die, die hat auch keinen Rückschuss und so flogen Mit der wirst du Safe-Kills machen Ich hab jetzt einfach deine M4 und die MP5, passt schon Oh, okay, ja So, es geht raus, Digga Wieder diese andere falsche Fede Ich will einfach, dass du einmal dieses Feeling hast von der, einer geilen Waffe hier, weißt du Oh, Digga, ich halte den fast auch mal so richtig lecker anzuhören Die pushen uns, Ziel Jetzt bist du wichtig Ja? Pass auf Einer Knock, einer oben am Dach, Ziel Einer, 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 Digga, hör mal auf, der ist Chill kurz, einer ist Knock von mir Einer ist hier, nehm, 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 er will mich für mich Oh mein Gott, hab ich ihn komplett zerstört Du hast ihn dann eine andere Ere genommen Bro, das war wirklich ganz andere Ere genommen, glaub mir, Ziel Oh mein Gott, oh mein Gott Oben am Dach, oben am Dach, er hat sich revived, fuck, Ziel Direkt um die Ecke, pre-Aim einfach, pre-Aim einfach Von hinten, von hinten Ah, nein, schade, Digga Der hatte Self-Revive, äh, Stil Ich dachte, die haben es nie im Leben jetzt schon Rechts sein Spawn, Mitte sein Spawn, immer noch Ganz hinten ist er, er kommt jetzt links Er leuchtet langsam vor, Richtung Mitte, links Ein Hilt gegeben, haben wir auch ein Hilt gegeben Ähm, Mitte sein Spawn, er pre-Aim zwar, also Mitte Mitte sein Spawn, immer noch Er links jetzt, Mitte gleich wieder, Mitte, Mitte Nimm die Flagge ein, jetzt kommt er rechts Ich hab's geschafft, ja? Ja, du hast die Flagge gesichert Oh mein Gott, Digga, besser, vieler, Digga War auch guter Play, Digga, easy Er hat's eh gespielt Äh, zu dieser Kiste Ich hab' dann auch Ey, Stil, du glaubst gar nicht, wie ich den zerstört hab da Den zweiten da Die, die soll doch direkt verkaufen erstmal Äh, da landen, Stil Ja, ne, easy, ich bin bei dir, ich bin nicht bei dir Ist ja oben, oh lol Nein, von wo, von wo, wie können die mich denn bitte sehen? Habt er dich gesnipet und wo denn? Bist du safe? Um die Ecke? Ja, ich bin eigentlich, warte, warte Oh ja, ich bin jetzt safe, ich bin safe Lass uns das Haus jetzt rein campen. Nee, nee, komm. Lass schnell hier hoch wieder. Hier, hier, hier. Komm mit. Dann kannst du deine Klasse nehmen. Du brauchst Platten, Bro. Gib mir mal den Cash. Ich kaufe deine Platten schnell. Und komm dann zu dir hoch. Und du campst oben. Okay, ich bin nicht am St... Ist da einer oben, oder was? Nein. Ja, es ist Shieldbreak, Shieldbreak. Fuck my life. Ich bin der beste Spieler der Welt, Digga. Hä? Nice Kiwi. Äh, Kiwi. Nein, von einer Seite. Nein, da waren zwei, Digga. Von wo? Wie viel? Hast du einen gefinisht? Einen hab ich gefinisht. Die ist Andere. Die ist Andere gefinisht. Digga, den muss ich auf jeden Fall auf diese Andere pushen. Fuck. Ich weiß nicht, ob ich den auf den Hit reingedrückt hab. Kann aber sein. Was hat dich auch wieder für Waffen gehabt? Das wäre wieder das Problem. Einer ist drunter. Boah, Digga. Er hat einen wieder geholt. Warte mal kurz. Nice, nice. Der hat einen wieder geholt. Oha, Bruder. Alles easy, das war easy. Tüch, Digga. Tigerstreifen kann und sagst du wieder 10% mehr schaffen. Äh, welche Tigerstreifen? Die da? Achso, nee. Das ist nicht die richtige, das ist so eine andere. Das wäre schon perfekt, wenn ich dich hole. Und dann kannst du direkt auch bei deinen Klassen landen. Oder um war einer, Digga. Ich spiel halt 1v3, Digga. Das ist das Problem. Die haben safe mich gesehen, ja. Ja, Bro, bei meiner Spielzeit. Ich hab den Battle Pass komplett schnell durchgelevelt. Also ohne was frei zu kaufen. So schnell. Junge. Oh, nice. Oh, danke, Story. Oh, für den knackigen, vergifteten, äh, gegifteten Sub. Kurz geht raus. Danke. Ehre. Ah, danke. Oh, nein. Er campt unten, Stil. Drei Leute campen. Oh, mein Gott. Was sind das für Menschen, Digga, wenn ich mit dir spiel? Nein, nein, nein. Campen auf den Pflanzen, egal, land ganz woanders, Bro. So eine Lupe landen? Genau, land bei der Lupe zum Beispiel. Die saßen auf so Pflanzen drauf, Digga, auf den Topfen. Schau, auf so einen Topf saßen die drauf. Siehst du den linken, links? Da, da, auf so einen Topf saß der eine. Digga. Oh, scheiße. Du hast doch einen Kill, Bro. Das war jetzt dein erster on-stream, oder? Der eine. Ja, warte. Hab ich gerade einen? Nee, jetzt hab ich doch keinen. Doch, oben am, am, am Ding hast du reingemacht. Am Dach. Achso, stimmt, ja, das war der erste on-stream, ja, stimmt. Ehe, egal, Leute, das war schon welche, ich wäre langsam. Gleich auf YouTube hochfahren, Digga. Kill Rekord. Ehe, okay. Hast du eigentlich auch, äh, automatisch Sprinten an? Oder bist du auf... Bei Warzone? Ja. Ja, äh, nee, Bro. Ja, das hab ich auch mal voll vergessen, dass man diesen Doppelsprint aktivieren kann, auf Moven-mäßig. Das haben die auch safe, nur wegen Fortnite reingehauen, damit die Spieler sich nicht so ungewöhnen. Tschüss, Digga, hast du schon die kleinste Zone aus, geht jetzt ab. Bro, endfalt gleich. Äh. Nicht den Abonnenten jetzt holen, danke. Nichts gegen dich, ey. Ich land einfach, wo, wo, wo warst denn du davor, Digga? Hier bei diesen Dingern, ne, da lagen die Waffen. Kommst du da zurück, Stih, schnell? Ich nehm diese Farmers, die da lagen. Harte Fahrt, diese Farmers einfach. Ja, harte Fahrt. Hast du noch Platten? Ich kann die da sonst was jobben. Ja, Platten brauch ich gleich safe, ja. Ich kann irgendwas, glaub ich, aktivieren mit R1 und R1, ich weiß nicht, was das ist. Aufklärungsdrohnen, ne, ich hab's schon gesehen. Da kannst du Gegner markieren. Vercamp mich hier in der Ecke und mach dir jetzt mal. Oh, erst mal Gas-Garte gebraucht, das war's komplett. Die maximale Sicherung, okay, was ich mach? Kannst du Gegner, die werden in so einem weißen Viereck-Eckigen-Kasten angezeigt. Und dann kannst du die mir markieren und halt spotten. Wie markier ich die? Hier, also hier sind die alle, ne? Da ist auch einer, der jemand spricht hier. Also es sind zwei Teams, Digga. Dann, dann, drück jetzt, okay, dann merkt ihr, wo die sind und halt jetzt Vierecke drücken, komm raus. Kiwi, die fighten da. Äh, Ki, Mann, was war's eigentlich? Kiwi, Digga, sorry. Es wird zu viel gezockt mit den Jungs, Alter, ich schwör. Äh, ne, ich auch schon. Die sind jetzt neben uns. Ah, ist die nicht direkt close? Hier rein, ist er. Hier durch die Tür, die offen sind. Lauf nicht so schnell. Kann ich uns nicht Sound hören? Die sind da zu dritt drin, ist hier. Helfen wir. Einer ist ein Headglitch. Einer, äh, Hint gegeben, ja, ich hab, oh, ich hab die Toe gemacht, glaube ich. Einer ist Coe, ja. Ich pusch da rein. Das war so dumm von mir. Äh, Shieldbreak. Alles gut, alles gut, alles. So? Der hat einen Akimbo gehabt. Ich hab alle. Nice, nice, nice. Holy shit, Digga. Hab auch, glaube ich, einen Jack gehabt, der hat noch, heißt, so was, 4000. Hat auch echt gutes Aim gehabt. Oh, die waren Triards, ich schwör bei Gott. Die waren richtig Triards, sie. Du hast sie, ja, ich hab's gedacht, der eine hat grad echt, der hat ne Akimbo-Pistel und so'n Scheiß. Naja, äh, 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 äh. Gibt doch die Scheiß-Panzertasche, aber nach Köln. Ganz schnell noch, Digga. Du hast 10, 7. Ich hol euch alle, er hat ja jetzt. Ich muss nur kurz, ähm... Ich bin auch ne bessere Zweitwaffe einfach. Ah, nee, Zone, ich bin gekommen, scheiße. Warte, 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 warte. Der beste Spieler der Welt, Digga, ich hab nie an Barca gezweifelt. Der Tag 1. Ich war ein bisschen verspricht. Ey, ich lach mich gleich tot. Ich nehm sogar nebenbei auf, die ist ja so'n lustige Runde. Tü, du hast dich für neun Kills, Digga, hä? Ja, Bro, es waren diese... Ich... Sweat, Digga, so für deinen Stream auch, weißt du? Ja, ja, ja. Ich muss irgendwie zum Wagen... Äh... Bro, es leben für nur noch 16, äh, Dings. Wenig Leute, ne? Schau mal, wen ich noch nehmen. Ich versuche euch irgendwie wiederzuholen. Boah, aber die hören das halt immer und man sieht das auch im roten Rauch-Steel, falls du es nicht wusstest. Immer ein bisschen risky. Schau mal, der scheiß Wagen ist in der Sorge. Ich hol's einfach, Digga. Ohne euch wäre das kein Win. Steal, wenn du am Ende den Kill machst für den Endfight. Hör mal auf, Digga, das ist wieder... Ich denke, das ist die schlimmste Investition hier. Die ist neben mir. Ich hab nicht safe auch gehört. Fuck my life. Oh mein Gott, Ere, Ere. Nein, nein, wo soll ich landen, Wasser? Land, land, bei der Box schnell. Hier, hier, hier. Ach, schaffst du's noch? Land ganz schnell da, Digga, und hol dir ne Waffe. Das schaffst du von der, von der Zeit. Du musst halt drunter springen. Da, wo du markiert hast, das Grüne, da? Nee, nee. Bei der Box, beim Blowdott. Beim Blowdott. Ah, okay, hier, hier, hier. Ich vercamp mich hier, Bro. Oh mein Gott, Digga, bester Mann aller Zeiten. Wie klein das Wasser. Schau mal, wie klein die Zone ist, Bro. Ich chill jetzt einfach. Ja, ja, ich chill jetzt auch. Nimm deine Kilo. Nee, du musst gleich move ins Ziel. Die Zone kommt. Oben da war, glaube ich, jemand. Shh, shh, shh. Ich mach hier. Nee, mir ist ein Gegner. Shh, shh, shh. Da, wo ich markiert hab. Mich wurde geschossen. Alles gut, ich lass die Gegenseite kurz killen. Ich warte. Ich hab recht, ich hätte moveen müssen. Ich bin lo... Ich seh nur, wie du runterfällst. Es ist belastend, Bro. Es ist belastend. Die wissen, dass ich hier bin. Komm mal, der wird. Oh mein Gott. Granate vielleicht? Nein, nein. Ich weiß, dass er kein Tier hatte, Digga. Bro, euch wiederzuholen würde mich nur umbringen jetzt. Glaub mir. Ja, ja. Schau mal, der Wagen. Ich hab noch nie gesehen, dass der Wagen in der Zone noch ist. Bei so einer kleinen Endzone, Alter. Ja, ich schwör's. Das ist für Weltkrieg was verdächtig. Shh, shh, shh. Die sind oben auf dem Dächern noch, Bro. Das ist das Ding. Boah, ging der hat angelehnt. Oh Gott. Bro, ich hab noch nie so gecampt. Fartiii! Chill kurz. Es sind noch vier Teams, Bro. Vier Teams, fünf Gegner. Ich kann das machen. Gegner, ja. Sehr viele Einzelne. Oben noch. Jetzt schau, die schießen vor. Die schießen mit RPG, Bro. Noch zwei. Nee, noch drei. Die müssen runter jetzt. Fuck. Ich werd sterben, sie. Oh mein Gott, Ziel. Oh! Oh mein Gott, Alter. Was? Oh mein Gott. Das hast du gerade nicht gemacht. Was? Oh mein Gott, Digga. Wie krank ist die Schieße. Das hat maximales Schieße. Das hab ich ja noch nie in meinem Leben gesehen, wie krank du und schlau, du mit der der Dings geplayt hast. Danke, Bruder. Danke. Ich hatte kein... Ich hatte Dings. Mich hat K.I.G. gerettet, Bro. Sonst wär ich schon gestorben. Damit sponst du die RPG, weißt du? Ja.